Ich bin Emma, ich bin 21 Jahre alt und habe hier bei Hensoldt Dual Wirtschaftsingenieurswesen studiert und bin jetzt seit zwei Monaten fertig. Ich bin jetzt hier im Customer Support im Projektcontrolling, das heißt ich übernehme die finanzielle Betreuung verschiedener Großprojekte. Also bei mir war das so, dass ich nach dem Abitur gesagt habe, ja ich möchte studieren, aber ich möchte nicht mehr rein theoretisch arbeiten. Und da bietet halt dieses duale Studium mit 50% Theorie, aber 50% Praxis im Unternehmen die optimale Lösung. Man kommt auch leicht nach dem Studium ins Berufsleben rein. Speziell Wirtschaftsingenieurswesen hat mich jetzt deswegen sehr interessiert, weil ich schon immer sehr begeistert war in Thematik, Technik, Naturwissenschaften, gleichzeitig aber mich auch sehr, sehr gerne mit wirtschaftlichen und Managementthemen beschäftigt habe. Und diese Kombination, die vereint Wirtschaftsingenieurswesen, sind einfach perfekt.